So, im heutigen Video keine Review, sondern das schon länger angekündigte Gewinnspiel. Ihr könnt sowohl über Facebook, Twitter als auch Mail, besonders für die iTunes-Abonnenten teilnehmen. Verlost werden 20 Codes von einem Programm, mit das sich WinX, DVD-Ripper Platinum nennt. Es sind wie gesagt 20 Free Codes. Ich würde sagen, ich mache sowohl in Facebook als auch in Twitter einen Eintrag. Auf Facebook klickt ihr dann einfach auf Gefällt mir, um daran teilzunehmen. Und bei Twitter macht ihr einfach einen Kommentar darunter. Oder ihr schreibt mir eben einfach eine E-Mail an die Adresse, die ich euch jetzt unten einblende. Ich fahre ab nächsten Samstag zwei Wochen lang in Urlaub. Heißt, das Gewinnspiel wird laufen bis zum 4. Juli. Und ich probiere dann gleich am Mittwoch ein neues Video zu machen, in dem ich die Gewinner bekannt gebe, beziehungsweise sie dann gleich benachrichtige. Es ist wirklich ein ganz schönes Programm, kostet sonst eigentlich auch über 20 Euro. Und ich dachte, für so zwischendurch, für eurem fleißigen Support, ist es allmählich wieder angebracht. Neues Video von mir, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Hier unten mein Facebook, Twitter und E-Mail. Viel Spaß beim Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.